In diesem Video geht es um das Thema gemischte Schaltungen. Gemischte Schaltungen bestehen aus Reihen- und Parallelschaltungen. Im vorliegenden Fall könnte der Widerstand R3 im Fahrzeug zum Beispiel einen Übergangswiderstand darstellen. Der Übergangswiderstand befindet sich vielleicht in Reihe zur Parallelschaltung von zwei Lampen R1 und R2. Möglicherweise ist der Anschluss der Lampen korrodiert. R1 und R2 stellen also eine Parallelschaltung dar. Man kann einen Ersatzwiderstand Ri berechnen. Die gezeigte Formel für die Parallelschaltung wird verwendet, da es sich im Beispiel um exakt zwei Widerstände bzw. Verbraucher handelt. Hätte man mehr als zwei Widerstände, würde man die allgemeine Formel für die Parallelschaltung nutzen. Du findest die Formel in deinem Tabellenbuch. Wären alle Widerstände alle gleich, würde man die Formel R gleich R1 geteilt durch N nutzen. Auch diese Formel gibt es im Tabellenbuch. Da wir eine Parallelschaltung mit zwei unterschiedlichen Widerständen haben, nutzen wir die gezeigte Formel. Wir setzen die angegebenen Widerstände ein und kommen auf einen Gesamtwiderstand der Parallelschaltung von 8 Ohm. Nun müssen wir den Widerstand R3 mit dem ausgerechneten Übergangswiderstand Ri addieren. Sie sind ja in Reihe geschaltet. Der Gesamtwiderstand der Schaltung ergibt sich also aus Ri und R3. Addiert man die Widerstände miteinander, so kommt man auf einen Gesamtwiderstand von 13 Ohm. Bei gemischten Schaltungen gilt allgemein, zunächst versuchen wir die Parallelschaltung zu finden, um diese zusammenzufassen.